Der Westerwald rund um Bad Marienberg im Winter 1980-81. Tagelang fiel hier ununterbrochen Schnee. Die kleine Gemeinde Bülzberg war von der Außenwelt abgeschnitten. Der damals 10-jährige Sven Otto erinnert sich an einen Gewaltmarsch in den nächsten Ort, um Brot und Kaffee zu kaufen. Wir sind dann irgendwann um die Mittagszeit losgewackelt über die Hauptstraße durch Wind und Schnee und sind dann irgendwann beim Bäcker in Unau angelangt, wollten da uns Kaffeebohnen mahlen lassen und auf einmal war der Strom weg. Dann haben wir halt unsere Kaffeebohnen gepackt, unser Brot gepackt und sind dann wieder nach Hause gelaufen. Ich denke, so ein Weg wird ca. 1,5 Stunden gedauert haben. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten dann früher bei meiner Oma, die hatte noch eine Kaffeemühle, die zwischen die Knie geklemmt wurde und dann hat sie halt sich die Bohnen selbst gemahlen. Einen Räumdienst innerhalb der Orte gab es selten. Jeder war gefragt, wenn es hieß, die Gemeinden wieder freizuschaufeln. Für echte Westerwälder eigentlich kein Problem. Harte Winter gab es hier früher oft. Doch 1981 meinte es Petrus etwas zu gut mit dem Winter Wonderland, erzählt Doris Pfeiffer. Wir hatten hier eine Schneemauer, also die war mal mindestens, ach, vielleicht so, schaufelt. Und hier, wie früher, hat man ja Speck gehabt, ja, dann hatten wir den Schlitten Kufen unten, dann mit Schweckschwaden oder auch hier die Ski hatten die Kinder, ja. Und in den Tieren hier in der Wiese waren Schneehüppel hier runter, also Kinder waren glücklich, muss ich ehrlich sagen. Ein Kamerateam des Südwestfunk kämpfte sich damals durch den Westerwald, um in den zugeschneiten Orten zu filmen. Zusammen mit Tochter Ramona geht Helga Pfeiffer auf eine Reise in die Vergangenheit. Boah, wie krass. Gott, guck mal da, wie hoch der Schnee da lag. Das hätte Markus sein können, ne? Na, der war doch bestimmt nicht im Schnee. Der ist ja untergegangen da. Ja, den hättest du nie wieder gefunden. Ja, ich hab ja gesagt, der kommt gerade so über diese Schneemauer hier vor die Tür. Ja, den hättest du nicht wieder gefunden. Inzwischen fallen die Winter nicht mehr ganz so hart aus. Der Klimawandel scheint Wetter und Natur im Westerwald bereits nachhaltig verändert zu haben. Rodeln mitten im Dorf? Schon lange nicht mehr möglich. Sven Otto findet das schade. Von da oben, das weiße Haus, wo die Rolläten runter sind, sind wir früher mit dem ganzen Dorf hier runtergerodelt, mit manchmal 10, 15 Schlitten aneinander gebunden zur Bimmelbahn und dann unten bei meinen Eltern auf den Hof abgebogen, links. Der Klimawandel und der viele Regen. Der Schnee ist einen Tag da und am nächsten Tag schon fast wieder komplett weg. Und es ist einfach nicht mehr so schön wie früher. Gerade die älteren Bülsberger sind froh, dass sie nicht mehr jeden Morgen Unmengen Neuschnee schaufeln müssen. Und trotzdem, der Westerwald ohne richtig viel Schnee. Irgendwie fehlt da dann doch was. Dave Advers Vielen Dank.